Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute, ihr seht es im Hintergrund, heute mit Besuch. Heute ist hoher Besuch hier mit bei mir im Studio. Meine immer mal ganz bockig reinguckende Katze bzw. mein Kater. Ja, heute hat es irgendwie mal funktioniert. Heute meinte er, er müsste oben auf meinem Stuhl sitzen. Es freut mich, dass ihr wieder auf das Video geklickt habt und dass ihr wieder hier seid. Wenn ihr zum ersten Mal hier seid, dann freut mich das. Dann wird es mich aber umso mehr freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. So könnt ihr letztendlich keine Videos mehr verpassen. Es hilft mir persönlich ungemein für den Algorithmus auf YouTube und so weiter und so fort. Und wäre ja einfach wirklich sehr, sehr schön und ich wüsste das auch wirklich sehr zu schätzen. Wir besprechen heute mal einen Duft, der mich die letzten Wochen, Monate, Jahre einfach nicht losgelassen hat. Ein Duft, den ich als unfassbar verführerisch empfinde. Das ist ein Duft, wo für mich komischerweise eigentlich als jemand, der eher auf sehr, sehr herbe Düfte, auf sehr, sehr maskuline Düfte steht, das komplette Gegenteil ist. Und zwar reden wir heute über den Oud-Setten-Mood von MFK und warum das für mich ja letztendlich irgendwie der schönste Rose-Oud-Duft ist, den ich bisher gerochen habe. Und wir fangen mit folgendem an. Wir gucken uns mal zusammen auf Parfumo einfach mal ein paar Infos zu dem Duft an. Also der ist 2015 erschienen, wie der Name sagt, von Francis Courcan kreiert. Gibt den in zwei verschiedenen Variationen. Ich habe hier das Eau de Parfum. Es gibt den auch noch in einer Extre-Variante, die noch brutaler von der Haltbarkeit ist. Ich finde tatsächlich, dass die sich von der Duft-DNA nicht sehr viel nehmen. Also ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr Geld sparen wollt, was jetzt natürlich auch schon lustig klingt, weil das ein relativ teurer Duft ist, ich bin der Meinung, das Eau de Parfum reicht von der Haltbarkeit und von der Silage hier mehr als aus. Also wir können uns mal angucken, wie der bewertet wird. Der hat eine Haltbarkeit von 9,2 und eine Silage von 8,9. Das ist also vom Beast-Mode der Beast-Mode-Bruder. Also wenn euch das interessiert, wenn das für euch wichtig ist, wenn Düfte für euch nur gut sind, wenn die wirklich richtig krass knallen und lange halten, dann habt ihr hier mit dem UZ-Mode auf jeden Fall den richtigen Duft gefunden. Das Schöne ist aber für mich, dass er nicht nur eine unfassbar gute, eigentlich schon fast eine zu starke und übertrieben gute Haltbarkeit hat, sondern dass er einfach für mich persönlich so mit die schönste Rose-Ud-Kombination hat, die ich wirklich seit langem gerochen habe. Unter anderem drin sind bulgarische Damascener Rose, türkische Damascener Rose, Absolü, Vanille, Siam-Benzö, Feilchen-Amber und laotisches Ud. Und wir kommen dann in ein paar Minuten auch nochmal zu einem Teil der Zusammensetzung von dem Duft, denn die liegt mir vor. Falls euch das wieder interessiert, habe ich da ein paar ganz interessante Informationen für euch. Ansonsten kann ich euch sagen, es ist, wie der Name sagt, ein eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, stimmt der Name eigentlich nicht ganz, weil UD-Sätten-Mode, UD als erstes und auch groß geschrieben, passt für den Duft hier nicht so wirklich, finde ich. Also es ist für mich primär ein wirklich sehr, sehr floraler Rosenduft. mit einer ganz, ganz großen, im Vordergrund stehenden, saftigen Rose, die nicht herb ist. Ich empfinde die Rose als sehr, sehr süß, als schon fast süffig, als relativ feminin, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also ich habe Schwierigkeiten, den Duft selber zu tragen als Mann, weil er mir dann doch zu feminin ist, aber ich liebe halt trotzdem den Geruch. Und ihr habt hier ganz klar im Vordergrund, wie gesagt, eine sehr, sehr süße, nicht herbe Rose, die von ganz, ganz viel Wärme und von Süße umspielt wird. Und der Großteil dieser Süße, der entsteht halt wirklich durch die Vanille. In dem Fall hier, wenn wir uns dann auch nochmal die Zusammensetzung von dem Duft angucken, dann ist es keine echte Vanille, beziehungsweise es ist ein Teil, also wirklich ein Mikroteil ist echtes, echtes Extrakt von richtiger Vanille drin. Der Rest ist Vanillin. Und wir machen das jetzt einfach mal. Ich blende euch jetzt hier mal, ich rutsche mit meinem Freund hier oben, rutsche ich mal ein kleines Stückchen zur Seite und wir blenden euch mal die grobe Zusammensetzung von dem Duft ein. Ich rutsche noch ein Stückchen, falsche Seite gerutscht. Ich rutsche noch ein Stückchen rüber. Also, ihr seht, das sind immer die Prozentangaben. Der Duft besteht zu, ja, ich sag mal, zu 10% aus Vanillin. Das ist eine unfassbar große Menge, wenn man das ins Verhältnis setzt. Also, das sind Mengen, die ich persönlich sonst in fast noch keinen anderen Parfüm so gesehen habe. Also, 10% Vanillin ist extrem. Noch extremer ist die Menge an Ethylmaltol. 8,8%. Ihr müsst euch vorstellen, in normalen Designer-Düften, die leicht mit Ethylmaltol gesüßt werden, sind es so 0,5 bis 1%. Und dann ist das schon sehr, sehr viel. Hier haben wir 8,8%. Dann, wir kommen mal zu dem Dunkelblauen. Das ist Isoi Super. Verhältnismäßig wenig, weil der Duft halt wirklich nicht auf Isoi Super aufgebaut ist, sondern eher auf den sehr, sehr süßen Noten wie Vanillin und Ethylmaltol. Dann haben wir hier das Blaue. Das sind 11%. Das sind Glaxolite. Hier interessant in reiner Form. Relativ schwer zu verarbeiten, weil es ein sehr, sehr viskoser Stoff ist. Normalerweise arbeitet man eigentlich mit Glaxolite in einer 50%igen Verdünnung. Aber hier in dem Fall sind es 100% und davon 11%. Ja, dann haben wir noch, was auch noch die Süße ausmacht, seht ihr hier das Dunkel, ja, das leicht Dunkelgrün-Graue. 5,2% Resonid von Benzoin aus Siam. Das formt dann zusammen mit den 10% Vanillin, den Amber-Akkord. Dann haben wir das Hellblau, 7,5%. Isoraldein 90, das ist ein synthetischer Stoff, um Feilchen, beziehungsweise auch um Iris-Noten zu erzeugen. Und wir haben ja gesehen, in der Duftnote wurde Feilchen gelistet und genau das ist unter anderem dieser Stoff, der benutzt wird, um diesen Feilchen-Akkord zu erzeugen. Die anderen Sachen, die ich hier rot markiert habe, sind in diesem Fall die Duftstoffe, um den Rosen-Akkord zu formulieren. Die größte Menge, 6,2% sind Phenyl-Ethyl-Alkohol. Dann haben wir noch eine relativ große Menge von 4,6% Phenoxanol. Das ist auch ein Rosenstoff, ähnlich zum Phenyl-Ethyl-Alkohol, geht allerdings mehr in Richtung Citronellol. Citronellol haben wir auch drin. Sehen wir hier 4,4% und ich will nur noch mal dazu sagen, das ist nicht die komplette Formel. Ich kann euch hier nicht die komplette Formel zeigen, aber das ist so das Grundgerüst, mit dem man einen relativ ähnlichen Duft wie den UZ-Mood erzeugen könnte. Aber der besteht in seiner kompletten Zusammensetzung aus über 55 verschiedenen Zeilen, also aus über 55 verschiedenen Rohstoffen, während meine Katze sich oben jetzt gerade wieder ein bisschen umdreht, besteht aus über 55 Zeilen. Das ist hier wirklich nur das ganz, ganz grobe Grundgerüst, damit ihr verstehen könnt, wie der Duft zusammengesetzt ist. Ja, und dann bleibt mir letztendlich, ja ich muss noch mal ganz kurz auf das Thema Haltbarkeit kommen. Also die Haltbarkeit und die Silage von diesem Duft ist wirklich nicht von dieser Welt. Ich habe ihn hier auf dem Teststreifen vorhin gesprüht und der ist immer noch so potent vom Teststreifen hier, dass selbst meine Katze keinen Bock mehr auf den Duft hat. Nein, also der ist wirklich so potent und so stark, dass man ganz ehrlich sagen muss, das grenzt stellenweise schon fast ein bisschen an, dass es zu viel des Guten ist. Also das ist ein Duft, da könnt ihr nicht wie verrückt sechs, sieben Mal sprühen. Das ist ein Duft, da reichen locker ein, vielleicht maximal zwei Sprüher. Und dann begleitet euch dieses wunderschöne Rosenaroma den ganzen Tag über. Wo wir noch mal ganz kurz zum Thema UD kommen wollten. In der Duftpyramide ist laotisches UD gelistet, habe ich persönlich in meiner Analyse, die mir zur Verfügung steht, nicht finden können. Ich habe unter anderem Zypriol gefunden, also Nagamotaöl, was sehr, sehr oft eingesetzt wird, um einen UD-Akkord zu formen. Ich habe unter anderem Copaiba und Gurjun Balsam gefunden. Es wird auch sehr, sehr gerne eingesetzt, um einen UD-Akkord zu finden. Ich habe aber jetzt keine richtigen Ausschläge bei UD gehabt. Das kann aber sein, dass das vielleicht auch anhand der entsprechenden Analyse, die mir hier vorliegt, nicht aufgelistet wurde. Also ich würde niemals behaupten, dass da kein UD drin ist, aber ich kann euch sagen, es ist keine große Menge an echten UD drin. Also es ist wahrscheinlich wirklich so dieser obligatorische Tropfen, damit man sagen kann, es ist echtes UD drin. Der ist mit absoluter Sicherheit drin. Ich kann euch aber nicht dazu sagen, ob der Duft jetzt dem Preis gerecht ist, nur anhand der Menge, die an UD drin ist. Und da sind wir dann letztendlich am Ende von diesem wunderschönen Video angekommen. Was sagt ihr zu dem Duft? Seid ihr Fan von UD, seid ihr den Mut? Ist der euch vielleicht sogar auch als Mann zu schwer, zu süß, zu feminin? Wie gesagt, ich habe Probleme, den selber zu tragen. Lieber aber den Geruch. Würde es auch zum Beispiel lieben, wenn den meine Freundin tragen würde, die ihn komischerweise nicht mag. Lasst mich das einfach mal wissen. Gibt es für euch einen ähnlichen Duft, wo ihr auch so dieses Gefühl habt, dass diese Rose so schön, ja fast schon wie so eine Rosenmarmelade wirkt? Dann lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen. Ich bin immer auf der Suche wirklich nach interessanten neuen Rose-Düften, die auch vielleicht für den Mann tragbar sind. Und ich kann mich an der Stelle nur noch mal ganz herzlich bei euch bedanken. Mittlerweile müssten wir wirklich die 1000 Abonnenten geknackt haben. Es freut mich sehr. Es freut mich auch sehr, dass ihr in das Video wieder hineingeschalten habt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Ciao.